Eine Telltale Geschichte Ja, ich vermute mal, es geht runter in die Batcave Cool Ich hab hier so unter 1 Erreicht der Schatten Wahrscheinlich die Bandits benutzen GCP-D Batterie-Rams um ihre Weg in Mit Breakin-In-Entry-Incidents auf 40% über das letzte Jahr Remember, dass die Front-Doors lockt Und wir haben Breakin-News tonight 5 Kriminelle sind in Custody nach Breakin-In-City Hall Der Notorious Batman war auf der Szene aber hat nicht verloren, die Stolen-Items Nicht alle Wir sehen, was sie wirklich nachher war Hm, hm, hm Okay, ist das eine Festplatte oder sowas? Oder das Datenlaufwerk Okay So, Medienberichte Prüfen Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz Hm Hm Gothams Staatsanwalt Harry Dent Forritte das Büro des Bürgermeisters auf Sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden die derzeit durch die Straßen Straßenfegt Bürgermeister Hell kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft Na ja Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde war es ein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat ja Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen ok in Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Gerätes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham City's Polizei Lieutenant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren sie sind derzeit unbekannt aber nicht unbemerkt wir werden sie finden vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC er hat wieder Holt erwähnt dass ihn das Marine Corps zu dem Mann gemacht hat der er heute ist Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum der wohltätige Zweig unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt all dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital so der Name der zukünftigen Einrichtung wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet Arkham derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlastung zu implementieren Im Hintergrund läuft natürlich Fernsehen weiter so Medienberichte was haben wir denn sonst noch hier über den Fernseher Hauptbildschirm Uhr ok ich weiß jetzt nicht ob das so wichtig ist Verbrecherkartei lesen Kodex Einträge weiter geht's mit mehr Infos Thomas und Martha Wayne verstorben Thomas und Martha Wayne sind verstorben Gründer von Wayne Enterprises meine Eltern sie haben unermüdlich gearbeitet um denen in Gotham City zu helfen die weniger Glück hatten bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden ich habe es meine Lebensmission gemacht die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien Alfred Pennyworth Butler der Familie Wayne der treue geduldige immer hilfreiche Alfred er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund dass ich weiterhin jede Nacht tun kann was ich tue trotz seiner häufigen Proteste ohne ihn würde das alles hier rasch auseinander fallen Harway Dent Staatsanwalt von Gotham City Bürgermeisterkandidat einer meiner ältesten Freunde er hatte eine Menge großartiger Ideen wie man Gotham retten könnte aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten dennoch ist es schwierig Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben die beste in Gotham seit 50 Jahren Hamilton Hill Bürgermeister von Gotham City bestes Beispiel dafür was in dieser Stadt falsch läuft korrupt und von Grund auf verdorben die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten Katzenabbrecherin Ja Verbrechen Einbruch einfacher Diebstahl Neue Kriminelle auf der Bildfläche Wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren zur Zeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte ich wünschte ich wüsste mehr über sie James Gordon Lieutenant GCPD Abteilung für Schwerverbrechen Verwandte Barbara Gordon Tochter Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle Familienvater also ist er nicht bereit auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen Vicky Vale Enthüllungsjournalistin Gotham Gazette Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette ich habe von ihr gelesen Sie gleitet manchmal aufs Boulevard Niveau ab aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt jemand wie sie hat Kontakte für die andere töten würden vielleicht ist sie über die Klage in Gotham sogar besser informiert als ich ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen was sie weiß ist Carmine Falcon oder Falcon Besitzer der Skyline Clubs Kopf der Verbrecherfamilie Falcon Falcon Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen die versuchen sich unter die High Society zu mischen Er scheint überall mit zu mischen Schmuggel Immobilien Bestechung Betrug Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen aber wäre am nächsten Tag wieder frei Ich könnte einer seiner Operationen ausheben aber es kämen einfach zwei neue nach Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zuverlässigen Beweisen Gotham City Einwohner 10 Millionen Okay das wusste ich tatsächlich nicht Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben Die Menschen die hier leben sind Überlebende Sie müssen es sein Sie verdienen etwas Besseres als die Korruption die an diesem Ort herrscht Arkham Asylum gegründet im November 1921 Die einzige Hochsicherheitsnerve in Highland in Gotham City bis jetzt In jeder Hinsicht veraltet Das Gebäude fällt auseinander Die Ausstattung ist antiquiert Antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig Wenn das Thomas & Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen die sie benötigen Mein Enterprises Gegründet 1870 Multinationaler Konzern der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen Okay Dann haben wir hier erstmal alles durch Hier unten konnten wir noch irgendwas eine Datenschnittstelle Na gut dann machen wir jetzt mal weiter Ich habe schon ganz viel Schlechtes muss ich jetzt mal anmerken über die Grafik gelesen das ist weiterhin die alte Engine die Telltale schon seit einiger Zeit benutzt aber ich finde das eigentlich recht hübsch Ja Also das sind tatsächlich die Kinokarten von dem besagten Abend in der Crime Alley Na gut dann ist hier das Datenlaufwerk Ja Wir analysieren das Datenlaufwerk mit dem Bettcomputer Apparatetisch Aha Haben wir denn hier einen Ersatz Interhaken Ich kann nicht glauben dass ich das kann nicht glauben Ich kann nicht glauben Ach ja stimmt sie hat da den zweiten mitgenommen Jetzt nennt er sie auf jeden Fall Catwoman komisch Die neueste Edition In Programme die Trace Elemente in einem confined Raum Maybe Maybe that's because the rumors of Hill's connections to some of Gotham's most notorious Mafia-Familie the mayor's office was a success And there are the better ranks I should see if I can refine the edge could be sharper Irgendwie stört mich die ganze Zeit halt das Gerede von den Nachrichten und hier geht's wahrscheinlich nicht weiter Ne dann benutzen wir doch die Datenschutzstelle rechts war ich schon Ne da liegt doch eine Maske Holographic Lens Voice Modulation Wayne Enterprise die Leute mit dieser Version Oh ja Ach da weiß doch noch der Anzug warum guck ich mir den Batsuit nicht an Die Anzug absorbiert die meisten von der Anzug und ich muss mich auch von der Polizei Ja Ist schon blöde dass man da überhaupt dran denken muss Na gut dann analysieren wir jetzt das Datenlaufwerk mit einem mit einem naja mit dem äh Schreibtisch zum Ländchen jetzt mal Ja Wollen wir doch mal gucken rein mit dem Laufwerk was gesichert ist was man an einem Schloss sieht Ja Encrypted Ja Wayne Manor hat sie 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 12 13 20 15 Falcone. Das war ein Problem. Das war das Problem. Ja. Ja, Bruce muss tatsächlich aufpassen. Das stimmt. Aber das ist eigentlich eine coole Idee. Ein weiterer Worry für die Liste? Wer ist Eton Kauter? Ich dachte, dass ich Ouz gesehen habe. Es hat, was, 20 Jahre alt? Wenn ich ihn gesehen habe, wir waren in grade-school. Ja, ihr zwei waren als tiefes Thiebe. Oswald, wie gesagt, hat diese Rolle mehr literally als du. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stents? Oh, wow. Es ist ein kriminell Grand Slam. Wenn ich die Sprache richtig benutze. Unfortunately, du bist. Oswald hat erwähnt, dass er nur umgekehrt hat. Aber sein Verhältnis nach seiner Familie ist problemlos. Warum ist er jetzt zurück? Ich habe mir eine Chance. Ich gebe ihm eine Chance. Ich werde mir eine Chance. Ich werde mir eine Chance haben, Alfred. Wenn du siehst, was von seinem Park geworden ist, ich denke, du wirst. Also auf zum Cobblepot Park. Zu Os. Später dem Pinguin. Ein sehr heruntergekommener Park. Das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Bruce Wayne oder Batman so in seinen noch relativ jüngeren Jahren drauf ist. Weil Harvey Dent existiert quasi noch in seiner UR-Version. Der Pinguin, den gibt es noch nicht als Pinguin. Man darf also gespannt sein, was da noch alles hier passieren wird. Aber gut. Suchen wir mal nach Oswald. Ein Obdachloser. Okay, wie wir ja alle wissen, Bruce Wayne ist ein großer Wohltäter. Danke, Herr. Sehr gerne. Was haben wir noch da? Ein brennendes Fass. Great. Es ist eine Statue, aber keine Art. Ja, hat er gerade erst geschrieben. Okay. Auf jeden Fall. Ganz komische Gegend hier mit den ganzen Obdachlosen. Dieser Park. Da steht jemand. Ein Dealer. Na ja. Hoffen wir nicht, dass er... Okay. Alles cool. Ich finde nichts Böses. Ich bin nur Bruce Wayne. Der bekannte Milliardär. Graffitis. Was haben wir da? Eine Tafel. Mit einer Aufschrift. Und... Cobblepot Park. Das ist nicht so, wie es war. Von 1892 oder so meine ich gerade da erkannt zu haben. Ein weiteres Graffiti. Ne. Oder? Ne. Da will er nicht hoch. Na gut. Dann schaue ich mir mal die Statue an. Hört so ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Watch Wallet Cash. But this goes through you. Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? You're making a mistake. You already made one. Coming here. The next one? Kills you! And him! Hmm. Oh. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp! You see? That's where you're mistaken. My old mate now have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here! You think that'll do? Oh, there I was too slow. Okay. Stay down! Oh! Oz, you're... ...beautiful. Oh! Hey, Bruce! You've got a little, uh, ... ... ... ... ... ... ... ... ... There. Good as new. Hmm. Wooh, das war ein richtiges Schrapp, eh? Nichts kickstarts das System wie ein DASCH von Adrenalin, eh? Beside, jemand hat sich um die RUBBER-Situation zu tun, hier. Du hast es nicht so weit genommen genommen. Einige Leute sind gut, hier in Bruce. Die anderen nicht bekommen die Message, wenn es in sie geblieben ist. Ja, es hat sich, was, zwei Dekäden? Und du weißt, was, ich habe noch niemals eine ganze Zeit geblieben. Haha, das war's nicht, warum ich dich hier bringe, Mann. Jetzt, ich versuche, die kleine Bruce, die ich mit diesem Ort mitgebracht habe. Als es nicht, wie es so ist. Dieser Park war etwas bedeutet. Ein Ort, das sei für Kinder, für Familien. Die Leute kamen von überall zu besuchen. Oh, Mom und Dad, sie haben so viel Arbeit in hier. Es ist ein Schade, was passiert. Das war's nicht. Das war's nicht, Bruce. Ich weiß, Alfred hat mich gesagt. Es ist lustig, hm? Das ist ein Ort, die meine Familie zu verbreiten. Das hat dir eine gute Leben gemacht. Wir sind in den gleichen Zirkel, wie wir haben. Hobnobbing, Party-Round-the-Welt-Vacationen. Unlimited Potenzial. Jetzt, all I got is this Park. Meine Eltern sind auch weg, Oz. Oh, nein, Bruce, ich weiß, ich bin sorry für ihn. Aber ich habe meine eigenen Führer zu beherren. Ich weiß, dass du nicht verbreiten hast, Bruce. Du bist immer noch etwas mehr, als nur dir selbst. Obwohl ich mich überrascht habe, zu sehen, Carmine Falcone, zu deinem Party, letzte Nacht. Er hat sich direkt nach Hause gemacht. Das Oily. Ja. Ja. Gehst du jetzt einfach? Nee. Okay, also er ist auch nicht mehr so ganz bei Sinnen. Wenn du eine Röcke in irgendeine Richtung bist, dann schreierst du eine Wände, die Unterprieser hat. Als die Richen und Powerful geht, oh, du Top Gothen's List. Aber wenn meine Revolution starte, werden wir die Wände schreien, und schreien die Namen aus. Wie gesagt, es wird nicht so schön sein. Es wird so schön sein. Es wird so schön sein. Bist du mich, Oz? Ich habe eine große Affäre für dich, Bruce. Ich wirklich. Das ist das, was ich wirklich mache. Das ist, weshalb ich dich warnen. Wenn das Ganze starte, mach sicher, dass du auf der richtigen Seite bist. Gut, zu sehen, Bruce. Aber ich habe einige Röcke, um zu holen. Tschüss. Die ersten Anzeichen des Pinguins zeigen sich... Ich habe eine Mitteilung. Von Afraid. Die Pressekonferenz für das neue Krankenhaus fängt bald an. Auctoratet. Auf auf zur PK. Auf auf độff sew. U.S. her. Untertitelung des ZDF, 2020